...hatten sie Erfolg, die Brücken wogen Gold, die Backen wurden voll, ooooh, sie wurden von Tag zu Tag zufriedener, jetzt spielen alle riesen Haaren, fahren eine Fiebelner, denken darüber, nach sich einen Borken zu holen, denken, dass sie sich einen Borken zu holen, und dann ihre Vorfeld zu holen, sie werden vernünftiger, wollen sich künstlerisch entwickeln, und plötzlich klingen sie künstlicher, alles normal, lass die Menschen mal machen, doch bei mir ist es ein bisschen anders, ich bin Benjamin Quacken, ja, komm mal die anderen, die werden super weg, Throwing Fire Throwing Flashbang Throwing a Grenade Throwing a Grenade Throwing a Grenade